Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tabea Kaiser und heute zeige ich Ihnen die Hochzeitsgasse, das einzige Brautmodengeschäft mit eigenem Straßenschild. Bei uns können Sie nicht nur einkaufen und sich beraten lassen, sondern in diesem schönen Gewölbekeller auch standesamtlich heiraten. In unserer Herrenabteilung finden Sie sowohl Mode für den Bräutigam wie auch für den Gentleman und fürs Business. Rund um Anzüge, Cut oder Smoking bieten wir passend alles wie Gürtel, Schuhe, Manschettenknöpfe, Krawatten, Fliegen, Plastron und auch Westen. Das ist unser weißes Zimmer für die Bräute. Für Sie entdecke ich das Andere, das Besondere, das Pfiffige. Brautkleider, die außergewöhnlich sind. Edel, sportiv und schlicht oder auch klassisch, romantisch, märchenhaft. Wir haben aber nicht nur Sannetörtchenkleider mit riesigen Schleppen, sondern auch tragbare Modelle, gerne auch in Farbe. Unser Angebot wird durch Accessoires abgerundet. Passende Stohlen und Jäckchen, Handschuhe und Taschen und natürlich Hüte. Vom Fasziniter bis zum Haarreif Methyl. Als ausgebildete Schneiderinnen führen wir hier im Schneideratelier die Änderungen selbst durch. Wir sagen Ihnen von Anfang an, was gemacht werden kann und was gemacht werden muss. Nach der endgültigen Anprobe zeigen wir Ihnen noch, wie Sie mit einem langen Kleid Treppen steigen, auf die Toilette gehen und ins Auto einsteigen. Wir präsentieren Ihnen dazu ein extra Video, das Sie dann auf unserem Kanal Hochzeitssyndikat sehen werden. Wir bieten jedem Kunden eine individuelle Beratung. Natürlich in erster Linie für die Hochzeit, aber auch für andere Anlässe und Feste. Dafür sollten Sie unbedingt einen Termin vereinbaren, dass wir uns genügend Zeit für Sie nehmen können. Erreichen können Sie uns über Facebook, unsere Website oder per E-Mail oder Telefon. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.